Jaja, guten Abend, hier ist Urs Fischer, Trainer des FC Basel. Als ich gehört habe, dass Adrian bei euch im Studio sitzt, musste ich natürlich anrufen, das ist klar. Ich denke, der Terminator wurde natürlich immer etwas gefeiert. Aber er sollte auch mal erzählen, wer mit Abstand der Bestverteidiger war und gegen den, den er nicht so gerne gespielt hat. Ja, endlich geht's los, von dort freuen wir uns natürlich. Aber ja, es gibt noch einiges zu tun. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, geradeaus lernen zum Beispiel von den Namen der neuen Spieler. Ich denke da an einen Ballanda oder an einen Seredier, an einen Rivers oder auch an einen Dumbia. Dumbia, mein Lord, und den Eli, den Elinus, den Elionus, den Mohammed, oder wie man den immer sagt. Ja, natürlich, ich wünsche euch allen eine tolle Saison und vergesst nicht. Dumbia, mein Lord, Dumbia, 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 Dumbia. Dumbia, 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 Dumbia. Dumbia, 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 D